Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute haben wir eine neue Schachtel mit Peppa Woods. Es enthält Prinzessin Peppa, Sir George und eine Kutsche mit Sounds. Jetzt lasst uns die Schachtel öffnen. Dieser ist der Inhalt der Schachtel. Wir haben Prinzessin Peppa. Sie hat eine so schöne Kleidung und eine Krone. Wow! Die Figur ist voll beweglich. Er kann den Kopf drehen, Arme bewegen und natürlich auch unten sitzen. Weiter haben wir Sir George, ein mutiger Ritter. Und er ist auch voll beweglich. Jetzt sehen wir die Kutsche an. Wow! Es ist rosa. Und es kommt mit Sounds. Da unten befindet sich der On-Off-Knopf. Und schaut mal, es hat vier Plätze. Jetzt hört mal zu. Super! Und es kommt mit ein weißes Pferd. Und wir können die Kutsche auch entfernen. Toll, nicht wahr? Der Pferd hat auch ein Platz. Und alle Rädern drehen sich. Wir haben genug gesehen. Jetzt lasst uns spielen. Es war einmal ein sehr büßter Drage, der in eine Festung bliebte. Und er hat eine sehr schöne Prinzessin gefangen gehalten. Hilfe! Hilfe! Es war auch ein tapferer Ritter namens Sir George. Hilfe! 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 Hast du das gehört, Pferdchen? Lass uns sehen, von wo es kommt. Oh, schau mal! Eine Prinzessin! Guten Tag, schöne Prinzessin! Ich habe von hier ein Geschrei gehört. Ist alles in Ordnung? Ich habe nach Hilfe geschrien. Da lebt ein böser Drache, der mich gefangen halte. Mach dir keine Sorgen, Prinzessin. Ich werde dich retten. Bitte sei vorsichtig, er kommt. Du böser Drache, lass die Prinzessin in Ruhe. Lass sie frei. Und jetzt! Ich werde sie nie freilassen. Sie ist zu wertvoll. Dann werde ich gegen dich kämpfen und sie befreien. Oh Gott! Pferdchen, ich brauche den Löscher. So, jetzt wirst du schon sehen, Drache. Kämpfen wir jetzt! Oh nein, mein Feuer! Ich habe kein Feuer mehr! Prinzessin, komm draußen! Du bist frei! Prinzessin, komm draußen! Du bist frei! Ich kann es nicht glauben! Ich bin draußen! Hurra! Hurra! Vielen Dank, Sir George! Du bist der beste Ritter! Komm Prinzessin, ich bringe dich zum Schloss! Papa! Papa? 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 Hallo Kinder, was spielt ihr? Kann ich euch vielleicht mit etwas helfen? Wir möchten Verstecker spielen, Papa Und ja, wir brauchen deine Hilfe Du sollst unsere Spielzeuge verstecken Und wir sollen sie finden Wow Na gut, Kinder Hm, wo soll ich sie verstecken? Schau mal, Papas Zeitung Ja, Schorsch Wir sollen es schön hinstellen So Perfekt Die Kinder sind weg Endlich kann ich mich ausruhen Schau mal, Papa Wir sind Detektive Ja, ja, Schorsch Lasst uns die Spielzeuge finden Sausier Ich möchte etwas Leckeres aus dem Kühlschrank essen Ich auch Öffne den Kühlschrank, Schorsch Mein Dädty Bär Haha, ich habe es gefunden Mein Sausier Jetzt müssen wir dein Dinosaurier finden Wo ist mein Dinosaurier? Du musst es suchen, Schorsch Lasst uns oben suchen Na gut Ich bitte, Papa Diese Kinder Aber wo ist meine Zeitung? Ich habe es hier gelassen Oh, sehr komisch Mama Wurz Hast du vielleicht meine Zeitung gesehen? Deine Zeitung? Nein Oh, wo kann es sein? Ich habe es auf dem Sofa gelassen Ich weiß nicht, Papa Wurz Du sollst es weitersuchen Ich habe viel zu tun Das kann nicht wahr sein Wo ist meine Zeitung verschwunden? Da ist es auch nicht Dino Ich habe mein Sausier gefunden Hurra Lass uns etwas Süßes essen Süßes Wo kann es sein? Kinder, habt ihr vielleicht meine Zeitung gesehen? Nein, Papa Ich auch nicht Ach, unglaublich Komm, Schorsch Lasst uns gehen, Peppa Wo ist meine Zeitung? Das war's für heute Vielen Dank für das Ansehen Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, vergiss nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben Und sich an meinen Kanal zu abonnieren Bis nächstes Mal Tschüss Ich hoffe, es hat euch gefallen 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen